Hallo, guten Tag zum Darkread2, meine Freunde, hier im Yoshi-Story auf dem 5 Mal und äh... Mit mir, dem Maxima! Ja, genau. So. Ach, verdammt, warte. Ich wollte gar nicht zerk sein. Äh, okay, jetzt lassen wir einfach genau das sein. Ja. Äh... Ja. So. Ja, wir mussten grad eben improvisieren. Genau. Naja... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, also... 3 Mal Zufall, 1 Mal Toss. Äh, ne Karte, die ich nicht kenne. Ich glaub, dass wir... ... die... ... die... ... die... ... die... ... allein, ich glaub nicht, ne? Das gabs mal, da hab ich aufgenommen. Ja, genau. Das waren aber auch Ranking-Matches. Ja. Ja, wir haben halt... ... die Ranking-Matches, das war... ... die wir aufmachen. Weil wir werden jetzt, glaub ich, auch so wissen. So zwei Folgen. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Kann ja was werden. Nicht so gut, was denn? Dieses haule Stück. Nö? Wir brauchen mehr Mineralien. Ach, da fällt mir ein, da können wir doch mal scouten gehen und so, ne? Ich hab nicht so meine Stärken. Ja, das ist kritisch bei dir. Krass. Okay. Äh, der eine ist Sörg. Rutschleinpool steht schon. Äh, und da ist ne Drohne, die will irgendwas machen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, das weiß ich zu verhindern. Äh, da sind so ein Dröcklinger und so, ne? Ähm, Doppelzeax. Ich glaub, das sagt doch schon alles. Der hat auch schon seinen beknackten Pool und ja, Falle. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Jaaa, sofort. Die stehen hier schon, du! Ja, dann direkt alles vorsetzen! Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. So spiel, verdammt! Ah, das war ja mal nichts. Weiß es, unserer Verbündeten wirds bedroht. Ach, verdammt! Und ich kann hier nichts machen. Ja. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Ähm, ja. So spät gesehen. Ja, da kann man nichts gegen machen. Die Trittschweine werden jetzt weiterpumpen. Ja. Ja. Aber... Ja. Echt? Ja. 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 Ich muss jetzt warten, bis der Pfeilern fertig ist, dann finde ich theoretisch zu. Aber wir sind ja noch nicht so, also... Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ja, das wär's doch. Die ist schon fertig. Ja. Ist jetzt nur so, ich habe fünf Worker, die so unglaublich schnell arbeiten, du hör mal. Das waren jetzt auch die letzten Minerals, die ich hatte für das alles, was da vorne steht. Ein Salad kann ich nur funden. Ja. Dann passt das doch. Ach komm schon. Ja, ja, keine Ahnung, ist die da sowohl nicht ganz durchdacht. Ich wäre ja dafür, dass du vielleicht irgendwie was nach vorne schickst, oder so, zum Gucken. Wer hat die nicht? Aber bewegen die sich doch, hinten, was machen die da hinten? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da sind sie wieder. Nein, wie gerieben! Angegriffen! Was ist das? Das müssen wir auf einem Vespiengeysir platzieren. Wo stehen sie? Friedlinge. Mit der Morphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Overlords. Ich hab's gemerkt, aber es ist ja jetzt nicht so dramatisch gewesen. Ist die Aufnahme. Äh, ne, hab ich nicht. Mit der Morphose abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Mutation abgeschlossen. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Overlords. Was? Was kommt denn da auf uns zu? Ist das so ein Overlord, das ich da aufkam will? Mit der Morphose abgeschlossen. 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 Hä? Ich weiß es ja nicht. Wir haben nich? Ja aber aus. Ernsthaft? Das kann doch nich sein, Leute. Nee, da... Wir brauchen mehr Overlords. Ach, wie putzig. Das... Zurecht. 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 Ha, ha, ha. Angegriffen. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen Probleme. Wir brauchen N Ginger Bar hotel. Wir brauchen die Nazion Drogen. In Unless100 Drogen hier würde man 5 und her zwei. Das war's für heute. Wir brauchen mehr Wesen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Wespiengas. Ich würde sie entweiten. Hier haben wir die Aufwand. Jetzt kommt es noch mal an. Vorlock. Ja. Das ist ein bisschen so. Ich glaube es. Warte mal. Nee. Das ist schon. Ja. Okay. Ach. Ja. 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 Ja.